Eine ganze Woche am Strand liegen, zwei bis drei Bücher lesen, da habe ich gar nicht so viel davon. Das sagt mir ein junger Bursche. Weiter meint er, hier in dieser Woche, da erlebe ich viel mehr. Ich habe ihn getroffen bei einem christlichen Jugendfestival vor einigen Tagen in Böllau in Steiermark. Er meint, er hat von dieser Woche viel mehr als wie von einem normalen Urlaub. Der Mehrwert dieser Tage bestand für ihn vor allem darin, dass er dort eine intensive Gemeinschaft gefunden hat, wo junge Menschen gemeinsam die Begegnung mit Gott gesucht haben. Ich denke dabei auch an Aussagen von Jugendlichen, wie etwa, dort habe ich eine richtige Freude gespürt, die von innen herausgekommen ist. Oder dort habe ich so freundliche Menschen getroffen, deshalb habe ich mich dort wohl gefühlt. Oder eine andere hat gesagt, als ich gespürt habe, wie sehr mich Gott liebt, da musste ich weinen. Ich weiß, dass auch ich etwas in diesen Sommertagen von dieser Freude erleben kann, besonders wenn ich den Kontakt mit Gott, mit Jesus suche. Denn ich bin überzeugt, Jesus kann mir Freude schenken, so viel Freude, wie ich sie mir von ihm wünsche. Ich bin überzeugt, bitte, Gott. Vielen Dank.